so hallo meine lieben freunde schön dass ihr wieder mit dabei seid bei battlefield 1 wir sind heute auf der map sinai unterwegs und ich nehme heute mal die level model 1886 scharf schütze ich freue mich drauf ich hoffe es wird geil ich hoffe es wird gut ich hoffe wir können ein bisschen kastrieren wir müssen leider gottes verteidigen aber ich glaube zum sniper das verteidigen ich weiß nicht ob das besser ist ob das schlechter ist keine ahnung leute ich werde es testen ich werde es testen ich werde es einmal loslegen und wird hoffen dass die runde geil wird aber bestimmt ich hoffe es ich glaube aber dass gleich ein sandsturm kommt wenn ich das so sehe und das ist wieder richtig kacke das wieder richtig kacke ich warte erst mal bis sie sich hingesetzt haben und denken sie sind sicher denn wenn die gleichen visier sehen wenn die gleich wieder zurück das ist schlecht schön wenn der ständer zwischen ist ernsthaftiger ich treffe nicht ich treffe nicht warum nicht man der sweet spot bei der model die ist irgendwie komisch ich weiß nicht ich habe euch ja schon mal gesagt dass das irgendwie wie kann ich mit der nicht also irgendwie fallen da die schüsse ganz anders ich blöde hätte ich gerne gehabt den typen hä ich verstehe das nicht leute mit der russischen würde ich den locker weg holen mit der russischen würde ich den fünfmal töten ich weiß nicht mit der level model musst du einfach ich glaube da da ist der sweet spot höher der sweet spot der bullet der bullet drop der ist da höher du musst du total hoch zielen dass du jemanden triffst irgendwie ganz komisch was ist denn der typ jetzt da musst du mir total hoch zielen ich weiß auch nicht was da los ist ist doch unsere seite vom kopnischen mörser beschrieben ja mann digger hol mich doch mann danke bro ist der beste ich bin ja nur panzer action weil ich mir nichts anderes könnte scheiße muss mal kurz rüber freunde muss mal kurz rüber jetzt hatte ich wieder gar kein bullet so ganz komisch manchmal ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht verkackt 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 oh digger bleibt doch stehen getroffen und da muss ich schon ziemlich hoch zielen gerade finde ich irgendwie oder findet er nicht und ist auch ein weiner knapp wieder hin auf uns aber wo aber warte mal leute warum nicht ja panzer unbekannt es wird kein panzer angezeigt es war gar kein panzer entweder der typ jetzt den sheet ausgepackt oder es ist schon wieder ein battlefield bug es könnte beides sein beides ist nicht unmöglich in battlefield 1 wohlgemerkt meistens nur battlefield 1 mal hier wieder aufpassen man ganz ehrlich diese schilder ich weiß nicht geht es euch auch so die bringen doch gar nichts mehr oder ich weiß nicht ich habe überhaupt gar keine probleme mehr mit den schildern ach dieser scheiß panzer ist schon wieder ohne müll jetzt kommt doch noch jemand schön da war doch gerade irgendwo einer nein mein der panzer der scheiße ich muss irgendwie ein bisschen entdeckung gehen für die ganzen fahrzeuge die schon wieder rumhausen den buch nicht das hat einer gerannt irgendwo nee mörser wir sind zu ah 7,2 schlecht Schlecht, schlecht, schlecht. Das ist schon wieder unser Panzer. Das ist ein gegnerischer Panzerschmied. Ja. Machen meine Leute eigentlich noch irgendwas? Jedes Mal, wenn ich einen Gegner treffe und von meinen Leuten auch jemand mit drauf schießt, dann tötet er mich trotzdem. Jetzt werde ich natürlich nicht mehr geholt. Shit. Er holt sich jetzt schon wieder alle, dieser Kixer. Und dieser Panzer, ne? Der Panzer, ey. Verkackt. Versteckt sich hinterm Panzer natürlich jetzt. Digga, geh doch weg hier, Mann. Aber du bist so ein Wichskind, Alter. Ich würde so die Kinder sehr gerne töten, Mann. Ey, solche Hugen-Kinder. Kannst vergessen. Komm schon. Das ist schon wieder der Panzer gefahren, ne? Okay, wir haben B verteidigt. Noch 24. Da ist aber trotzdem wieder ein neuer Panzer. Oh. Oh, das ist ja Panzer-Shit. Oh, warte mal. Oh, er sieht mich. Nein! Jetzt weiß er, dass ich hier bin. Ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, oder? Ja. Oh, shit. Ich verpisse mich lieber. Ich sehe nichts. Ich liebe es, ich liebe es. I love it, I love it. Ich liebe es, ich liebe es. Komm, 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 komm. Komm, jetzt schaffen wir noch 5 Kills, Mann. 13-3. Das muss gehen, Digga. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Komm, 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 lad noch einmal noch. Komm, schnell. Einer geht noch, einer geht noch, einer geht noch. Ah, shit. 15-3. Mann, trotzdem. Geile Runde, würde ich sagen. Geile Runde. Geile Runde, Mann. Freut mich, ich hatte wieder mal Bock gemacht. War mal wieder nice, das Ding. War mal wieder nice, Digga. Geile Runde. Rückrunde, please. 9,31. Jo. Schnelle, gute Runde, würde ich sagen. Jo. Okay, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bester Speer, Bester Speer, Bester Speer. Fick. Ja, ja. Bester Speer. Uh. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall ziemlich freuen. Und dann bis demnächst, Leute. Haut rein. Euer Panne. Ciao.